hallo und herzlich willkommen liebe fallout 4 freunde ich bin er zapp wieder mit einem kleinen tutorial zur mod installation und zwar dreht es sich jetzt um das vorbereiten von fallout 4 für mods ab dem update 1.2 ich habe ja schon ein kleines tutorial gemacht was die vorbereitung für fallout 4 für mods betrifft dieses video was ich da erklärt habe mit den i niederteilen und was ihr da in editieren müsst das gilt auch nach wie vor und es funktioniert auch nach dem update auf 1.2 aber seit dem update 1.2 gibt es weitere schöne möglichkeiten um die mod vorbereitung und das ganze drumherum noch ein bisschen zu optimieren damit das auch alles mit den mods sogar schneller lädt und was ihr da alles für tun müsst ist nicht viel aber sind ein paar kleinigkeiten das zeige ich euch hier in diesem kleinen tutorial die nexus wiki seite wo das beschrieben ist verlinke ich natürlich wieder in die video beschreibung und ich verlinke euch auch noch mal in die video beschreibung mein erstes tutorial wo ich die grundlegenden sachen wie ihr die in die dateien editiert und so weiter erklärt habe so ich mach mal hier die seite beziehungsweise mein explorer auf wo ich die in die dateien liegen habe und bei euch liegen die auch unter dokumente my games fallout 4 hier liegt wenn ihr noch keine sicherheitskopien gemacht habt einmal die fallout 4 ini ab dem update 1.2 habt ihr auch eine fallout 4 custom ini da drin und es liegt eine fallout 4 prefs ini und alle drei brauchen wir jetzt so in dem ersten teil vorbereitung für mods habe ich schon erklärt was ihr bei den fallout 4 prefs inis ändern müsst und das ist hier auch unter punkt 5 auch noch mal erklärt ihr müsst in der kategorie launchers müsst ihr diese zeile hier einfügen also wenn ihr das noch nicht habt einfach hier rechte maustaste auf kopieren gehen markieren natürlich vorher logischerweise und dann geht ihr hier in die fallout 4 prefs ini rechte maustaste könnt das mit öffnen mit editor aufmachen rollt ganz nach unten und wenn ihr diese zeile hier nicht habt fügt die bitte dazu bei mir steht die schon da drin wenn ihr das habt einmal datei speichern und dann seid ihr mit der fallout 4 prefs ini fertig seit dem update 1.2 gibt es die custom ini und die fallout 4 ini ist jetzt besonders wichtig weil da eigentlich sehr sehr viel entscheidendes passiert ich zeige euch ganz kurz wie ich das erklärt habe in meinem ersten teil dafür öffne ich mal hier diese sicherheitskopie im ersten teil habe ich erklärt alle mods werden ja in das data verzeichnis eurer fallout 4 installation gelegt und da mussten wir noch alle möglichen verzeichnisse die kommen werden ankündigen ja das sah dann so aus und das mussten wir alles eintragen und dann hat das alles funktioniert jetzt seit dem update 1.2 brauchen wir das nicht mehr machen bedingt durch die fallout 4 custom ini die bereitet das nämlich alles vor das heißt ihr geht jetzt einfach in die fallout 4 ini die ihr auf eurem rechner habt geht in den bereich archive und fügt wenn es nicht schon drin ist nur diese zeile ein ja ihr braucht nur diese zeile auch die steht in der wiki dokumentation ist die genau da auch beschrieben das heißt ihr braucht dahinter keine verzeichnisse mehr ankündigen die da kommen sollen das heißt nach dem gleichheitszeichen hört dieser eintrag auf ganz ganz wichtig also es muss so aussehen wie es hier aussieht so auch wenn ihr da was geändert habt einfach wieder auf speichern gehen und gut ist so und jetzt kommt die entscheidende und alles ein da wo alles eingestellt wird die fallout 4 custom ini auch das ist unter punkt 8 hier beschrieben also ihr editiert die fallout 4 custom ini markiert euch hier diesen ganzen bereich ich kopiere das mal geht in die fallout 4 custom ini wieder mit öffnen mit editor und fügt hier so sieht die standardmäßig aus wenn die bei euch kommt und fügt einfach das ein was ihr gerade aus der wiki heraus kopiert habt oder markiert habt das muss dann so aussehen ja das heißt dieser eintrag muss jetzt genauso aussehen der sagt jetzt nichts anderes als lese bitte alle verzeichnisse automatisch die in dem data verzeichnis von fallout 4 liegen ihr müsst also nicht mehr jedes einzel verzeichnis speziell ankündigen sondern er liest automatisch alle verzeichnisse die dort drin liegen und ein schöner nebeneffekt das geht auch noch alles sehr viel schneller so wenn ihr das geändert habt einmal bitte auf speichern so und dann müssten eure eure plug-ins beziehungsweise eure mods die ihr installiert habt alle wieder genauso aussehen ich möchte euch eben da ganz kurz zeigen wie findet ihr denn heraus ob ihr schon das update 1.2 habt das zeige ich euch auch nochmal kurz damit ihr seht wo muss ich denn hingucken in fallout damit ich sehe welche version habe ich denn ich gehe mal eben auf spielen das ist hier mein aufnahmeprogramm im hintergrund das ist jetzt nicht weiter tragisch und zwar passiert das wie folgt so ich gehe mal eben weiter nochmal weiter ihr geht bitte auf einstellung und hier auf einstellung seht ihr ganz unten rechts eure gerade aktuelle version bei mir ist das die 1.2.37.0.0 gut ja jetzt kann man wieder rausgehen hier alles ist prima beenden ok gut so damit haben wir das alles erklärt eure mods sollten jetzt auch wieder funktionieren und sogar noch ein bisschen schneller laden was ja nicht schlecht ist gut das war es schon für diesen teil meines tutorials für die mod installation für fallout 4 bedanke mich fürs zuschauen bedanke mich fürs nachmachen wenn es euch gefallen hat lasst mir doch einen daumen nach oben da oder drückt auf den abo button ich bin raus euer zap gut 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 gut